Sie sind die bekannteste traditionelle Minderheit in der Lausitz, die Sorben. Fotograf Jürgen Matschi hat ihren Traditionen und Dörfern jetzt sogar eine eigene Fotoausstellung gewidmet. Wandlung einer Landschaft heißt sie und ist seit dem 18. Oktober im Heimatmuseum Dissen zu sehen. Seit Jahren beobachtet Jürgen Matschi die Wandlung in den sorbischen Dörfern und hält sie in seinen Fotos fest. Museumsleiterin Babette Zenker hat es dabei aber ein Bild aus diesem Jahr besonders angetan. Also zum einen natürlich das Harnrupfen in diesem Jahr, wo die Jungs oben wie die Hähne sozusagen auf der Leiter stehen, also praktisch vom Balkon runter gucken, auf die Mädchen, die wunderschön angezogen sind, die Mädchen aber mit den Jungs kommunizieren. Also es ist eine ganz schöne Momentaufnahme. Besonderes Augenmerk legt der sorbische Fotograf auf den Kohleabbau. In bestimmten zeitlichen Abständen hat er ein Motiv immer wieder aus derselben Perspektive fotografiert, um die Wandlung der dörflichen Struktur zu veranschaulichen. Aber auch die sorbischen Traditionen spielen in der Ausstellung eine Rolle, so zum Beispiel die Fastnacht oder das Harnrupfen. Also es ist immer so, dass es teilweise eine Momentsaufnahme ist und teilweise ist es aber eben auch ein ganz langes Warten, praktisch gerade bei den sorbisch-wändischen Bräuchen, bis so ein Foto eine Aussage hat, er bearbeitet die nicht am Rechner oder so, sondern es ist eben dieses Warten und Geschichten erzählen in der Fotografie. Und diese Momentaufnahme dann genau abzupassen, wo diese Geschichte erzählt wird, das ist eben das Spannende an der ganzen Sache und an den Fotos. Die Fotoausstellung gibt einen ersten Einblick in sorbische Tradition. Die nächste Gelegenheit, sich selber ein Bild zu machen, gibt es zum Beispiel bei den Kreativnachmittagen zum Advent.